Endo Gerber, unser Präsident vom FC Thun. Morgen haben wir ein spezielles Spiel vor uns. Das Herzblut-Spiel. Darum stehen wir hier auf der Herzblut-Lounge. Man sieht es im Hintergrund. Der Verein Herzblut hat in den letzten 6,5 Jahren riesige Bühne geleistet. Er hat für uns immer wieder Geld gesammelt und auch gespendet. Und morgen sagen wir ihnen Merci. In welcher Form machen wir das? Hoffentlich mit einem positiven Resultat in erster Linie. Das haben wir ja bis jetzt immer geschafft, wenn wir ein Herzblut-Spiel gemacht haben. Das ist zusätzlich etwas, das einem zuversichtlich für ein Match stimmen darf. Und dann mit diesem ganz schönen Liebchen, den ich schnell zeigen darf. Ja, finde ich wunderschön, diese Liebchen, die es immer wieder gibt für das Herzblut-Spiel. Ja, vor allem das. Aber natürlich generell einfach hoffentlich mit einer super Stimmung. mit vielen Zuschauern, wo wir das feiern können, was wir in den letzten 6,5 Jahren zusammen mit dem Verein Herzblut erleben konnten. Über eine Million Franken haben sie mittlerweile gespendet. Das war gerade wieder eine Übergabe von einem Scheck von 100'000 Franken, die sie hier gesammelt haben. Immer wieder mit kreativen Ideen. Wie spürst du zusammen mit dem Verein Herzblut? Wir treffen uns relativ häufig. Ich bin da nicht jedes Mal dabei. Aber es ist schön, so eine Konstanz. Es sind nicht mehr genau die gleichen Leute wie am Anfang dabei. Und trotzdem sind die Teilen eben noch dabei. Und ich merke, die haben extrem Freude an dem. Wir natürlich auch. Ich finde die Herzblut-Idee etwas vom Schönsten, die wir beim FC Thun jemals hatten. Das passt haargenau zu uns. Wir wollen ein Klub vom Volk sein und für alle offen sein. Und nicht nur für die oberen Etage oder was auch immer. Das brauchen wir alle so, das ist klar. Aber der Gedanke von Herzblut ist wunderschön. Und darum ist es schön, dass wir jetzt über die 6,5 Jahre mittlerweile so zusammenarbeiten können. Immer wieder Ideen kreieren können, dass niemand müde wird mit dieser Idee. Im Gegenteil, es kommen immer neue Ideen. Und wir brauchen sie auch unbedingt. Wir sind angewiesen auf jeden Franken. Und wir sind extrem dankbar für das, was sie machen. Ich hoffe, es geht noch sehr, sehr lange so weiter. Ein bisschen salopp gesagt, kann man sagen, Sie haben schon zum Überleben beigetragen von unserem Klub. Ja, das auf jeden Fall. Ohne die Millionen, die wir besitzen haben, hat uns eingenommen und überwiesen, wäre es noch viel schwieriger geworden. Wir sind sonst schon wahnsinnig am Kämpfen. Und das tut nicht nur wegen dem Geld gut. Einfach auch zu wissen, dass so viele Leute etwas geben für den FC2. Und so viele Leute sind mir wichtig. Und entsprechend fühlen wir uns auch in der Verantwortung, dass wir es möglichst gut machen. Und darum, ja, wir sind extrem dankbar für das. Du hast es vorhin angedohnt, ein Sieg im Herzblut-Spiel wäre sehr schön. Jetzt kommt der FC Faduz, die im Oktober nie hat verloren, die drei Maluserie gewonnen. Die letzte Niederlage hatten sie gegen uns auswärts. Also wir auswärts sind zuhause. 3-1 haben wir dann gewonnen zu Faduz. Aber eben sithär konstant gefunden. Was erwartest du jetzt sportlich für einen Match hier in Stockholm Arena? Wir haben ja auch den letzten Match gerade verloren. Ja, ich glaube, alle haben es mittlerweile gemerkt. In dieser Liga, in dieser Saison ist es extrem eng. Jeder schlägt jeden. Es sind alle auf einem ähnlichen Niveau. Und entsprechend können die Detail entscheiden. Man hat ein wenig Glück oder ein wenig Pech mit Penalty-Entscheidungen oder Karten, was auch immer. Ich kann nichts voraussagen. Ich weiss einfach, ich habe ein sehr gutes Gefühl. Ich denke, dass wir ein positives Resultat machen werden. Aber wir wissen alle, dass es in so einem Match gegen Faduz, wie auch Aarau, Winterthur, Stade Lausanne, Xamax, wie sie alle heissen. Es ist gefühlt ein wenig 50-50. Aber da haben wir natürlich noch mehr ein besseres Gefühl. Und im Herzblutspiel sowieso. Darum bin ich zuversichtlich, dass wir da werden können. Mindestens ein positives Resultat holen. Aber ohne Gewehr ist klar. Aber ich freue mich extrem.